Gar nichts. Aber ich glaube, das teucht. Und du hast es angekriegt? Nee, aber wenn du den Abschluss nach da mal anguckst und nach da. Ja, ist die Kippe weg? Aus ihr atmet? Warte, nee. Ist kalt. Aber wer hast du denn so? Ich habe nicht mehr da zu braten. Ich hab nicht mehr da zu braten. Ich hab nicht mehr da zu braten. Easy, jetzt erzähl doch mal wie das hier passiert ist. Na, die hat mit Freten gekampelt. Was? Und die hat aus... Geht los? Mhm. Du hast ja nur 2 und 8 Minuten. Ich hab auch nicht mehr da zu tun. Einen mehr. Sonst viel, Spannst du? Ja, da geht es dir. Ja. Freik, Freik. Freik. Freik, Freik. Jaaaa. Jaaaa! Jawoll, wir ziehen. Bitts Good. Jaaaa. Jaaa. Also Bitts Good. Bitts Good. Sind wir richtig. Ich bin sehr genauer. Bitts Good. Vielen Dank. So, haben wir super drauf. Sehr gut. So, jetzt wollen wir erstmal den nächsten Mal. Das ist immer so davor, damit es noch so Nebeln ist. Das bringt die Schuheffekte. Ich glaube, hier ist eine FE. Jetzt wollen wir ein Tor. Ja, aber das läuft ja bei denen also von daher. Du siehst jedes Mal, dass er diesen Ball immer anbringen will, aber jedes Mal zu hoch. Ich weiß nicht, ich glaube, das war auch der, der schon druckhaft dagegen pressen hat. Schade. Gut gedacht. Gutzi? Gutzi? Nee. Gutzi kriegt er von mir, ich sag lieber nichts. Ja, geht doch! Gutzi ist Vorlage, ich wollte gerade wetten. So. Jetzt spielen wir mal wieder Fußball, ne? Und nicht hier so ein Hin und Her. Mal wieder taktisch denken hier. Tony wieder mit seinem Kopfball. Wutzi ist am Ball! Angebote! Ja! Nicht ärgern Dogger! Weiter geht's! Mach weiter! Echt mal! Meine Güte! Ich kann verstehen, dass es... Was? Da auch? Da haben sie doch schon Häuser hingebracht. Oder... Ne, das finde ich gar nicht... Jawoll! So, spielen wir mal jetzt wieder hier nach vorne. Super! Super! Ja! Super! Komm und zieh! Benni hat gesagt, mach ihn selber! Und er macht ihn selber! Sehr schön, Jungs! Ja, weiter! Das lade wir heute. Na komm! Komm und zieh! Na, du gehst doch! Ja! Na, du gehst doch! Ja! 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 Mach ihn! Mach ihn! Ja! Sehr schön! Geht doch, ihr kleinen Buchermann, ey! Und so trotten sie zusammen wieder auf ihre Positionen. Warum Freddy ihn nicht alleine gemacht hat. Ich glaube, er war sich ein bisschen unsicher. Toni stand dann da, kam noch und dann... oder er wollte Toni mal den Vortritt lassen. Starke Leistung! 4-0? Mhm. Aber ich darf hier erst einschreiben, wenn ich hier die Hand habe. Ah, okay. Ja, das stimmt. Muss ja erst angemeldet werden sozusagen. Genau. Darum achte ich gleich. Los Benni! Mach es! Angebote! Oh! Schade! Was war denn da los? Boah, das war ihm jetzt aber selber peinlich, ey! Was war denn denn? Der Köpper! Wuzzi macht immer den Köpper. Also, das war jetzt kein ganzer Köpper. Ja! Ey, der wollte dahinter reintreten, der Arsch! Ja! Äh! Jawoll! Ich hab's ja nicht richtig drauf! Beide Tierinnen gekullert! Es ist wie nix! Haha! Matze! Ach, Matze hat ein Törchen! Na Mensch! Ja! Ordentlich, ordentlich! Die Chance hat er schon mal! Und wie ihr vor dem Torwart habt! Woher raus! Ja, der B war's nicht auf dem Platz! Trotzdem läuft das Tier! Genau! Jungs! Fünf-neu ne! Und nie Sex mit einer geilen Frau haben! Ja! satt zu dir. Ja, ja. Schick dir die doch mal alle an, ey. Jawoll! Wer war's? Hat Timo den geschossen oder Benni? Viel krasser gerade. Fehlensitte. Ja, Mann, da wurde gerade richtig jemand zugesetzt. Beide scherenartig ineinander gefallen und übel verdreht. Das sah ja heftig aus. Ach, von hier sehen wir das Tor war ja noch besser. Ach, egal, wir fühlen doch schon 5-0. Kann ja nur noch das Gute, dass wir die Statistik rauskommen. Gibt mir ein U! U! Gibt mir ein F! F! Gibt mir ein F! F! Gibt mir ein T! D! Gibt mir ein A! A! Uftau! Uftau! Huf Fr EinARD! Geist mir ein T! D! D! Gibt mir ein U! Uft! W k sc 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 sch sn Und wir singen, Hufzau, Hufzau, Teterlö, Teterlö, Teterlö. Hufzau, 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 Teterlö, Teterlö. Hufzau, 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 Teterlö.